Musik 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 hallo ihr lieben film läuft ich auch bzw wir auch denn wir haben heute mal was ganz besonderes vor wir machen heute den trail extrem ja wir starten hier heute mal auf der runde vom melz extrem bevor das rennen stattfindet die ist schon komplett abgebundelt und wir vermessen quasi mal die strecke und schauen mal wie lang die ist und wie viel höhenmeter die hat ja um das zu machen muss man glaube ich auch ein bisschen verrückt sein ja ihr werdet schon sehen was wir meinen bis gleich bis zum nächsten mal Das war's für heute. So, das Warm-Up ist vorbei, sagt meine Ohr. Genau, das Warm-Up ist vorbei, die erste holprige Strecke haben wir hinter uns, ja, kalt ist uns auch nicht mehr. Das Warm-Up ist vorbei, sagt meine Ohr. 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 Nach einer kleinen Entspannungs-Etappe geht's wieder ab ins Gelände. Das Warm-Up ist vorbei. Das Warm-Up ist vorbei, sagt meine Ohr. Das Warm-Up ist vorbei, sagt meine Ohr. Ja, der Conan hat eine Wespe gestochen und auch den Armkühlen, eine Hormisse gestochen. Mach's gut, melde dich dann nochmal, ob alles okay ist. Ciao, ciao. Das war's. Was sagst du, Jörg? Ich werde mich mit dem Motorrad ansteißen. Hey. Heute bin ich mit dem Motorrad ansteißen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier merkt man, wo es fehlt. Ja, das macht man ja auch nicht jeden Tag und so verrückt muss man erst mal sein wie wir. Ja, Conan, der hat leider aufhören müssen, den hat eine Hornisse sogar gestochen. Das war nicht eine Wespe, sondern eine Hornisse. Hoffentlich geht es dem jetzt wieder besser. Wir müssen nachher nochmal telefonieren. Genau. Ja, danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zugucken. Daumen nach oben. Genau. Lasst uns einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Und seid dann wieder mit dabei. Ach, und guckt doch mal beim Jörg vorbei, beim Running Scout. Auf Instagram. Genau, auf Instagram. Ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschaui.